Ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen des VEDC zu der Präsentation der Studie Transnational African Diaspora Engagement in Austria. Vielen Dank für Ihr Kommen in diesen nicht so einfachen Zeiten. Ich begrüße auch alle Teilnehmerinnen, die uns auf Facebook heute folgen und ganz herzlich möchte ich die Gäste am Podium willkommen heißen, die wir dann später noch genauer vorstellen werden. Mein Name ist Franz Schmidiel und ich betreue am VEDC den Bereich Afrikapolitik. Nun, die Covid-19-Pandemie hat auch unseren Abendablauf beeinflusst. Wie Sie wissen, haben wir heute eine Sieben-Tages-Inzidenz von 925. Letztes Jahr am gleichen Tag hatten wir 533, also ein bisschen mehr als halb so viel und am Tag danach begann der große Lockdown. Auch unsere Veranstaltung mussten wir etwas verändern, um Sicherheit und Gesundheit so weit wie möglich zu gewähren. Das heißt, zugewiesene Sitzplätze zum Beispiel. Aber auch, wir haben überlegt, ob wir das Ganze nicht online machen, aber uns dann doch entschieden, weil es ein wichtiges Thema ist, wo man auch sich treffen soll, es zumindest zum Teil präsent zu machen. Der inhaltliche Teil wird präsent ablaufen mit unseren Panelistinnen und den Autorinnen der Studie. Und der künstlerische Teil mit Yasson, The Scientist, der hat uns heute Nachmittag noch ein ganz tolles Video geschickt. Das wird dann eingespielt werden. Es tut mir persönlich sehr leid, weil er ein großartiger Künstler ist, aber er hat eine schöne Botschaft für uns geschickt. Auch entschuldigen muss ich den Vertreter der ARA, Herr Georg Keri, wurde letzte Nacht krank und kann deshalb auch nicht teilnehmen an unserer Diskussion. Damit wir alle gesund bleiben, bitte beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen, behalten Sie Ihre Masken auf während der Veranstaltung, wenn Sie nicht sprechen und halten Sie auch Abstand. Es werden Fotos gemacht bei dieser Veranstaltung für unsere Dokumentation und Sie finden Fragebögen auf Ihren Stühlen. Bitte füllen Sie die gegen Ende der Veranstaltung aus, deponieren Sie sie auf den Stühlen oder beim Ausgang, beim Informationstisch. Ja, ich möchte mich einmal sehr herzlich bedanken bei unserem Kooperationspartner, Vienna Institute for African Diaspora, vielleicht besser bekannt unter dem Initiativen-Name AEWETAS. Herzlichen Dank an AKEA LAMTAI für die gute Zusammenarbeit und einen weiteren Partner Radio Afrika TV. Mein Dank gilt auch an die Austrian Development Cooperation für die Finanzierung der Veranstaltung, aber auch die Unterstützung bei der finanziellen Unterstützung bei der Studie. Danke auch an meine Kolleginnen vom VEDC, insbesondere Irene Hochauer-Karpoda und Lisa Buchsch für die organisatorische Mitarbeit und an die Technikfirma Ideal Agency, die uns hier mit allen technischen Raffinessen betreuen, dass das hier im Saal läuft, aber auch auf Facebook. Vielen Dank. Aber ganz, ganz wichtig ist mir jetzt, mich bei euch zu bedanken. Die Autorin in der Studie, Sina Apping, sie lebt in Deutschland und ist heute nicht bei uns, aber Meider Schuler und Gudrun Klein, die in, ich habe es miterlebt, so in mühevoller Kleinarbeit, beschränkt auch durch Pandemie und so weiter, diese Studie zusammengestellt haben, tolle Recherchearbeit geleistet haben und ein paar wichtige Schlussfolgerungen für den Bericht daraus gezogen haben. Vielen, vielen Dank. Diese Studie und auch die Veranstaltung ist ja Teil eines Schwerpunkts am VEDC zum Thema Diaspora-Engagement. Es hat im Wesentlichen drei Säulen. Das sind diese Produkte wie Studien, Policy-Briefs zum Thema. Eine aktuelle ist in Produktion oder wurde schon fertiggestellt zu Diaspora-Programmen in anderen europäischen Ländern. Es sind ja einige schon etwas weiter wie wir. Also das ist so ein Teil. Ein zweiter Teil sind Kooperationen mit den Diaspora-Vereinen, aber auch mit den Expertinnen aus der Diaspora. Da möchte ich hervorheben, zum Beispiel Workshops zur Gender-Sensibilisierung im Migrationskontext. Oder auch unseren Afrika-Club, den vielleicht einige kennen. Ja, und der dritte Teil ist schon die Bewusstseinsarbeit bei österreichischen Institutionen und entwicklungspolitischen Organisationen, denn ich glaube, es ist noch nicht ganz durchgedrungen, warum das ein wichtiges Thema ist. Und erlauben Sie mir vielleicht zwei Gedanken, warum ich es wichtig finde, dass wir dem mehr Aufmerksamkeit schenken, dass hier mehr Vertrauen und Zusammenarbeit entsteht. Mein erster Gedanke, vor kurzem gab es eine Migrationskonferenz in Wien, wo die AU-Kommissarin, also von der Afrikanischen Union für soziale Zusammenarbeit war, für Soziales, Amira El-Fadil, vielleicht meine Kollegin aus dem Sudan, kennen Sie sogar. Die war bei dieser Migrationskonferenz und beim Interview gab sie sich sehr überrascht, dass sie sagt, warum sehen die hier anwesenden Innenminister, und das waren, glaube ich, eher nur Männer, Migration so negativ, immer nur im Kontext von Kriminalität, von Illegalität, von Terrorismus. Weil sie sagt, für uns in der Afrikanischen Union ist das Diaspora-Engagement ein ganz wichtiger Teil für die Entwicklung unseres Kontinents und Diaspora ist halt auch die sechste Region Afrikas. Also deshalb, glaube ich, ist das schon einmal ein ganz wichtiges Thema. Und ein zweiter Gedanke, wenn Sie erlauben, viele Österreicherinnen und Österreicher denken, wir haben nichts mit Kolonialismus in Afrika zu tun, nichts mit Schlaferei. Nun, wir haben keine relevanten längerfristigen Kolonien gehabt, das mag schon stimmen, aber wir haben ökonomisch von der kolonialen Ausbeutung profitiert und tun es heute noch. Und das koloniale Denken, das Herrschaftsdenken hat sich in unserer Gesellschaft genauso verankert wie bei den Kolonialmächten. Und das hat viel zu tun, denke ich, mit dem heutigen Rassismus. Jetzt ist klar, wir können die Geschichte nicht mehr ändern, aber wie wir heute mit der Geschichte umgehen, das wird im Hier und im Jetzt entschieden. Und da leisten die afrikanischen Organisationen, Diaspora-Initiativen vor allem der zweiten Generation einen ganz, ganz wichtigen Beitrag. Und dieser Beitrag wird viel zu wenig gesehen, beachtet und unterstützt. Und daher haben wir gesagt, wir produzieren oder lassen diese Studie machen, wir greifen da immer auf die Expertinnen aus der Diaspora in solchen Fällen zurück, die einen anderen Blick auf die Dinge vielleicht haben, gewisse Dinge, die wir übersehen würden, behandeln, um hier ein, wie wir es nennen, ein Schaufenster. Mehr kann es ja nicht sein, zu dem vielfältigen Engagement zu eröffnen, zum Schaufenster, was die Vereine in Afrika selbst machen, in den Ländern, aber auch, was sie hier an antirassistische Bewusstseins- und Widerstandsarbeit machen. Und weil es heute passiert ist, Entschuldigung, wenn ich zu lange werde, aber es ist mein Anliegen, ein Kollege, der heute von Linz hier angereist ist, mit dem Zug, er wurde als einziger in dem Waggon kontrolliert. Und ich dachte, Racial Profiling ist vorbei, leider noch nicht. Die Arbeit, die ihr macht, die wir machen müssen, ist nach wie vor ganz wichtig. Aber genug von meiner Seite. Jetzt möchte ich übergeben an unsere Moderatorin. Deglère Godam ist Bildungsreferentin beim Verein Südwind. Sie hat Wirtschaftsadministration am Duala University Center und Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert und das auch abgeschlossen. Ich wünsche Ihnen einen interessanten und spannenden Arbeit und darf dir das Wort übergeben. Vielen Dank. Guten Abend. Es ist mir eine Ehre, heute sein zu dürfen, weil genauso wie das Thema ein wichtiges Anliegen für Franz ist, so ist es mir auch. Also, ich bin praktisch Teil des Inhaltes. Aber nicht Sprecherin, heute Abend, denn wir haben vier Persönlichkeiten, die uns durch den Weg begleiten werden. Ein paar Namen sind schon gefallen, die werde ich jetzt einmal ordentlich vorstellen. Jetzt einmal die zwei Erfasserinnen von dem Studium, zwei von drei. Wir haben gehört, die dritte, die Sana Apin, ist heute nicht bei uns. Dafür haben wir die Maida-Schule. Hallo Maida. Maida hat Sozialarbeit studiert und in diesem Jahr hat sie auch ihr Masterstudium in internationalen Entwicklung abgeschlossen. Erstmal Gratulation. Applaus für Maida. Da hat sie auch noch Zeit gehabt, um zu kritischem Rassismus zu forschen, zu Prison Industrial Complex in den USA und zu Schwarzsein in Österreich gearbeitet. Die ist seit 2019 Teil der Initiative EIW, das. Wir werden noch von dieser Initiative heute viel hören und auch noch genau wissen, was sie mag. Wir haben auch Gudrun Klein. Hallo Gudrun. Ja, Gudrun schloss ihr Doktoratstudium in Sozialanthropologie an der Universität von Manchester ab. Sie forscht seit Jahren zu Rassismus, aber auch zu Antirassismus und kulturellen Bildungsmaßnahmen, unter anderem in Brasilien. Sie arbeitet als Leiterin, ist auch Teil von dieser Initiative, die wir schon genannt haben. Gudrun hat eine besondere Eigenschaft, darauf ist sie sehr stolz, dass sie schon seit Jahren mit mit den Diaspora-Organisationen in Österreich arbeitet. Gut, die zwei Damen werden uns, also soweit zu Ablauf, die Studie vorstellen. Und nach der Vorstellung werden wir die zwei Persönlichkeiten auf meiner rechten Seite zu Wort anladen. Und die sind Ladyfass, oder? Genau. Elena Untergutenberger. Elena ist Bereitleiterin der Entwicklungszusammenarbeit der Caritas Österreich mit einem Fokus auf Partnerschaften in Ländern Afrikas. Und dann kommt mein Bruder, mein besonderer Bruder, Kamdem. Kamdem ist Leiter des Interkulturellen Vereins Kiala in Graz. Der ist auch Vorstandsmitglied der Organisation ADEPT. ADEPT steht für die Africa Europe Diaspora Development Plattform. Er studierte Recht und Politikwissenschaft in Kamerun und lebt seit 1995 in Österreich. Wer kann schnell zusammenzählen? Wie viele Jahre sind das? Oder du hast ja nur das Jahr bemerkt. Okay, nach den Interventionen von unseren Expertinnen von der CDU werden wir das Podium eröffnen für Fragen und Antworten. Dabei werden wir auch manche Fragen entgegennehmen, die über Facebook dann an uns gestellt werden. Ich freue mich sehr, mit Ihnen den Abend verbringen zu dürfen und wünsche Ihnen auch eine gute Veranstaltung. Gut. Applaus jetzt. Genau. Somit steigen wir an in die Präsentation der Studie. Bitte meine Damen. Danke, Claire. Und auch von mir guten Abend. Ich freue mich, ich weiß, wir beide freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen und Ihnen diese Studie präsentieren dürfen. Transnational Diaspora Engagement in Austria. Aber bevor wir da gleich rein starten, möchten wir uns auch noch ganz herzlich bei der Frau Sina Abbing, bei unserer Kollegin bedanken, die heute, wie wir schon gehört haben, leider verhindert ist, aber mit uns die letzten Monate an dieser Studie gearbeitet hat. Und wir hoffen, dass sie nächstes Mal neben uns sitzen kann bei der nächsten Präsentation. Genauso wollen wir uns wirklich ganz besonders für die wirklich, wirklich gute Zusammenarbeit mit dem VIDC bedanken. Ein spezieller Dank gilt dem Herrn Franz Schmidiel, der uns die letzten Monate mit Rat und Tat zur Verfügung gestanden ist und zur Seite gestanden ist. Natürlich gilt unser Dank auch allen Vereinen und Diaspora-Organisationen, die uns zur Verfügung gestanden sind für diese Studie und diese Studie überhaupt erst einmal ermöglicht haben. In dieser Studie wird natürlich nur ein Bruchteil der Arbeit dargestellt, die überhaupt, die von der afrikanischen Diaspora ausgeführt wird, schon seit vielen Jahren ausgeführt wird. Das heißt, es ist klar, dass diese Studie jetzt nicht ein fertiges Endprodukt darstellen soll, sondern einen Schritt in die Richtung zur noch mehr Sichtbarmachung der Errungenschaften und der Arbeit der afrikanischen Diaspora-Bevölkerung. Genau. Und gleichzeitig wollen wir uns auch genauso bedanken bei den Vereinen und Organisationen, die nicht in diese Studie gekommen sind, aus unterschiedlichen Gründen. Zum Beispiel aus mangelnden zeitlichen oder anderen mangelnden Ressourcen oder vielleicht auch, weil unser Netzwerk noch nicht weit genug war, um wirklich noch mehr Vereine und Organisationen erreichen zu können. Wir würden uns freuen, wenn wir in Zukunft noch mehr Kontakte knüpfen können und noch mehr Arbeit ihnen präsentieren könnten. Genau. Unser Dank gilt allen Anwesenden, die trotz der prekären Corona-Situation sich heute hierher getraut haben, ihren Weg hierher gefunden haben. Wir wissen, dass wir in diesen Tagen alle sehr gut überlegen, ob wir zu einer Veranstaltung gehen sollen oder nicht. Deshalb danke, dass Sie alle da sind. Es ist schön, in Live-Gesichter zu schauen und nicht in Schwarze Kastel. Und auch danke an die VertreterInnen, die von außerhalb von Wien extra angereist sind heute. Und auch allen, die online sich jetzt anschauen. Ich möchte, bevor wir aber in die Studie starten, uns alle nochmal daran erinnern, dass wir heute nicht nur da sind, um die Errungenschaften der afrikanischen Diaspora zu besprechen und um einen Einblick in diese Studie zu bekommen, sondern auch, um uns alle zu verpflichten, alles Mögliche dafür zu tun, dass diese Arbeit auch finanziell wertgeschätzt und abgegolten wird. Und in diesem Sinne gebe ich Ihnen ganz kurz einen Überblick über unsere Präsentation. Und zwar wird die Maida kurz über Inhalt, Ziel und unsere Forschungsfrage, die uns geleitet hat, sprechen. Sie wird etwas zur Methodologie sagen. Wir werden kurz über die Limitationen anreißen, mit denen wir konfrontiert waren. Und dann einen Einblick in die Ergebnisse und Empfehlungen geben, die aus dieser Studie resultiert sind. Natürlich nicht alles, weil wir wollen auch noch gerne, dass Sie die Studie selber lesen im Anschluss. Und abschließend werden wir noch Empfehlungen abgeben zu weiterführenden Forschungen, die unserer Meinung unbedingt gemacht werden müssen, um weiter über die Arbeit von afrikanischen Diaspora-Organisationen wirklich umfassend reden zu können. Genau. Die Kutron hat es schon gesagt, die Studie heißt Transnational African Diaspora Engagement in Austria. Und genau Ziel der Studie war es eben, die Arbeit der afrikanischen Diaspora und schwarzen Menschen in Österreich, aber auch in afrikanischen Ländern sichtbarer zu machen. Und auch, dass diese Arbeit auch eine Wertschätzung erhält. Und nicht nur eine symbolische Wertschätzung, sondern dass diese Arbeit auch abgegolten werden soll finanziell. Also eine monetäre Wertschätzung. Zu erwähnen ist eben auch, die Studie heißt eben Transnational African Diaspora Engagement in Austria. Auf Deutsch würden wir das, bei Engagement, passt vielleicht auf Deutsch nicht so gut, wir würden da wahrscheinlich mehr über Leistung oder Arbeit sprechen. Also was für uns wichtig ist hervorzuheben, ist, dass es eben eine wirklich eine Zeit- und Wissensintensive Arbeit ist, die diese Vereine leisten. Also es ist wirklich, da wird sehr, sehr viel gemacht. Und schlussendlich, also noch kurz die Forschungsfrage, die lautet, wie setzen sich die afrikanische Diaspora bzw. afrikanische Communities in Österreich zusammen und welche Arbeit leisten sie in den Bereichen der transnationalen Kooperation und Bewusstseinsbildung bzw. Bildungsarbeit? Ich lasse es jetzt noch kurz stehen, dass Sie die Frage oder ihr die Frage noch mal kurz selbst lesen könnt. Genau. Und das Nächste würde ich auch schon weitergehen zur Methodologie und gut, und wir dann kurz etwas zu den Limitationen erzählen. Also wir haben insgesamt, also zu Beginn haben wir mal eine Recherche begonnen. Wir haben insgesamt 69 Organisationen in Österreich, in ganz Österreich, die Kontaktdaten herausgefunden und auch in weiterer Folge auch kontaktiert. Hier haben wir unsere eigene Vernetzung genutzt, aber eben auch, also persönliche Netzwerke genutzt, aber eben auch durch die Arbeit des VEDCs, durch die Netzwerke des VEDCs oder auch von AEWETAS, wo wir eben auch beide Mitglieder sind, die haben wir genutzt. Und auch über Radio Afrika haben wir noch einige Organisationen kontaktieren können. Wie Gudrun auch schon gesagt hat, die Liste ist natürlich nicht vollständig. Es gibt noch einige mehr, die es leider nicht hineingeschafft haben. Wie gesagt, hoffentlich dann in weiterer Folge. Was auch klar wurde, ist eben, dass einige Organisationen, auch wenn sie in der Liste sind, heute leider keine Arbeit mehr leisten können, also keine Arbeit mehr leisten können. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits gab es eben die Corona-Krise, was das Ganze fragmentiert hat, die Arbeit. Das heißt, man hat sich weniger vernetzt und auch Organisationen haben aufgehört zu existieren. Andererseits ist eben auch, dass die zeitlichen Ressourcen sehr limitiert sind und auch die Arbeit teilweise nicht weitergemacht werden konnte, weil eben neben der Lohnarbeit eben diese Arbeit sehr oft unentgeltlich ist und es deshalb schwierig ist, da auch wirklich weiterzuarbeiten. Wir haben dann schlussendlich an 18 Vereinen und Initiativen, über 18 Vereinen und Initiativen Porträts erstellt. Wir haben auch an viel mehr noch Fragebögen ausgeschickt und eben auch Interviews geführt. und von diesen 18 Vereinen arbeiten 13 auf dem afrikanischen Kontinent in verschiedensten Ländern. Fünf haben vor allem ihren Schwerpunkt in Österreich und sechs der interviewten oder vorgestellten Vereine arbeiten in den verschiedensten Bundesländern. Der Rest hat seinen Hauptmittelpunkt in Wien. Ein großes Problem oder ein Problem, das wir vorgefunden haben, ist, dass ein bedeutender Teil der Menschen in Österreich, die sich der afrikanischen Diaspora zugehörig fühlen oder schwarzen Communities zugehörig fühlen, in den offiziellen Statistiken einfach unsichtbar gemacht werden. Das heißt, dass in den offiziellen Statistiken, also wenn wir jetzt die Zahl der Menschen der afrikanischen Diaspora in Österreich sozusagen schätzen wollen oder errechnen wollen, dann haben wir einerseits Zahlen darüber, über Menschen, die am afrikanischen Kontinent geboren wurden und irgendwann mal im Laufe ihres Lebens nach Österreich gezogen sind. Wir haben auch Menschen, die früher einmal von einem afrikanischen Land die Staatsbürgerschaft hatten und jetzt aber die österreichische Staatsbürgerschaft haben, das heißt, die in Österreich naturalisiert worden sind. Wer aber aus dieser Statistik rausfällt, sind Kinder, die in Österreich geboren worden sind und entweder noch immer die österreichische Staatsbürgerschaft haben oder Kinder, die in Österreich geboren worden sind, also nicht noch immer, aber die die österreichische Staatsbürgerschaft haben oder Kinder, die in Österreich geboren worden sind, aber noch immer nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Zahlen, die geschätzt werden, eigentlich nicht wirklich der Realität entsprechen und wir gehen eigentlich von einer größeren Zahl aus. Ich werde die Zahl jetzt mal in den Raum werfen, auf die wir gekommen sind. Das sind ungefähr 66.000. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Berichte mit ein bisschen anders, also mit ähnlichen Ergebnissen. Genau. Das heißt, dass die afrikanische Diaspora eben unserer Meinung nach viel größer ist, als offiziell sichtbar gemacht wird, aber das heißt genauso, dass die Arbeit, also die gesellschaftspolitische Arbeit, die in Österreich geleistet wird, aber auch die internationale Arbeit, die in afrikanischen Ländern geleistet wird, einen viel größeren Umfang einnimmt, als wir zurzeit offiziell sozusagen dokumentiert haben. Ein anderes Problem war das Problem, das alle Menschen zurzeit haben, nämlich die Corona-Krise. Deshalb waren wir meistens nicht in der Lage, Vereine oder Organisationen außerhalb von Wien persönlich zu treffen. Und auch in Wien haben wir einige Kontakte auf Online-Kontakte reduziert. Um so eine Studie wirklich gut durchführen zu können, brauchen wir natürlich Vertrauen, brauchen wir natürlich Beziehungsbildung. Das ist online, wie wir alle wissen, nicht so gut möglich. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir einige Vereine und Organisationen außerhalb von Wiens vielleicht nicht kennenlernen konnten oder keinen Kontakt herstellen konnten, weil uns sozusagen dieser persönliche Zugang gefehlt hat. Ein ganz springender Punkt ist, dass viele Organisationen und Vereine nicht an dieser Studie überhaupt teilnehmen konnten, weil ihnen eben die finanziellen Ressourcen, die zeitlichen Ressourcen dafür fehlen. Sehr viele Experten in der afrikanischen Diaspora werden regelmäßig für Interviews, für Expertinnen, Meinungen und so weiter kontaktiert. Arbeit, die unentgeltlich gemacht wird in den allermeisten Fällen. Aus diesem Grund wissen wir, dass einige Vereine und Organisationen auch nicht teilnehmen konnten. Genau, als nächstes sprechen wir über die Ergebnisse. Als erstes, also wir haben so vier Hauptergebnisse, das erste ist Diversität und Netzwerke. Genau. Wie schon gesagt, es wird ja nur ein Bruchteil der Organisationen und Vereine der afrikanischen Diaspora, die die Arbeit in Österreich und in den afrikanischen Ländern leisten, dargestellt in dieser Studie. Dennoch wollen wir darauf hinweisen, dass sogar unter den 18 Vereinen Projekte in Burkina Faso, in Ghana, im Sudan, Kotiwa, Kamerun, Senegal, Ghana und Nigeria vorgestellt wurden. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es noch eine Vielzahl an Projekten in anderen Regionen und Ländern gibt, die wir jetzt nicht darstellen konnten. Genauso gibt es eine zunehmende Anzahl von Organisationen, die eben gesellschaftspolitische, rassismuskritische, feministische Arbeit in Österreich leisten. Und viele von diesen Organisationen sind echt sehr gut untereinander vernetzt. Und was uns aufgefallen ist, ist, dass es auch viele Netzwerke und Verbindungen zu anderen Migrantinnenorganisationen gibt. Also zu Organisationen, die sich nicht der afrikanischen Diaspora zugehörig fühlen. Genau. Unser nächstes Finding, unser nächstes Ergebnis, da geht es um Gender und Intersektionalität, also vor allem auf Frauen, frauenspezifische Aspekte. Also Frauen, schwarze Frauen organisieren sich selbst seit Jahren oder eigentlich Jahrzehnten in verschiedenen Organisationen. Was hier interessant war herauszufinden, ist, dass Frauen eben sehr oft auch Organisationen gründen und auch die Zielgruppe von diesen Organisationen oft Frauen und auch junge Mädchen sind. Was auch sehr bezeichnend oder sehr spannend auch ein bisschen also was wir auch noch drauf gekommen sind, ist, dass Frauen neben der Obfrau-Position auch administrative Arbeiten durchführen, während Männer, also ob Männer diese Arbeit oft outsourcen können, die administrative Arbeit auf eine andere Person. Das heißt, sie machen eigentlich auch die, sie haben auch wieder eine Doppelrolle, die sie einnehmen. Das hängt wahrscheinlich auch mit dem vorherigen Punkt zusammen, dieser Punkt, dass größere Organisationen oft Männer als Vorsitz haben und wie schon gesagt, die kleineren, die sich selbst bieten, oft von Frauen geführt werden. In Bezug auf Intersektionalität, das in den Interviews wurde Intersektionalität nicht explizit genannt, aber wir sind auch während der Forschung drauf gekommen, dass sie implizit verfolgt wird. Was das bedeutet, ist, dass Organisationen, oft Frauen, in afrikanischen Ländern, in ländlichen Regionen unterstützen, also in genau in ländlichen Regionen, die oft aufgrund eben unter anderem ihres Geschlechts, aber auch ihre ethnischen Zugehörigkeit, auch ihre sozialen Klasse stärker marginalisiert sind, als oft Frauen in Städten, wo auch große, oft große EZA-Player sozusagen vorhanden sind und dort Arbeit leisten, aber die, aber Frauen in ländlichen Regionen werden dann oft sozusagen vernachlässigt und die Organisationen, die wir interviewt haben, gehen eben auf das besonders ein. Genau. Das nächste ist Finanzierung und Bürokratie. Viele Vereine haben große Probleme oder viele Initiativen haben große Probleme mit der österreichischen Bürokratie und schon unter Anführungszeichen alleine sich als Verein registrieren zu lassen, da sind einige schon fast an ihre Grenzen gestoßen und haben sozusagen Unterstützung gebraucht. Das liegt einerseits, das kann einerseits an sprachlichen Barrieren liegen, einfach am funktionieren in der österreichischen Bürokratie, aber auch an rassistischen Stereotypisierungen und rassistischen Übergriffen. Von den Vereinen, die wir jetzt in dieser Studie vorstellen dürfen, finanzieren sich acht Organisationen, also fast die Hälfte selber. Das heißt, die Arbeit wird unentgeltlich verrichtet. Die allermeisten, also jetzt nicht nur von diesen acht, sondern allgemein die allermeisten Menschen, die von den Vereinen in dieser Studie, arbeiten Vollzeit und machen dann die Arbeit des Vereins noch oben drauf. Was uns aufgefallen ist, dass die absolute Mehrheit unserer InterviewpartnerInnen über sehr hohe formelle Bildung verfügt. Das heißt, fast alle haben Universitätsabschlüsse. Wenn, genau, die Arbeit wird meistens wirklich im Großteil unentgeltlich verrichtet, aber manche Vereine können sich nicht verlassen, aber können zumindest manchmal Spenden von privaten Menschen, von christlichen Organisationen bekommen, ganz selten auch von Landesregierungen, wobei das nicht unbedingt nur finanziell sein muss, sondern zum Beispiel auch, dass Räume zur Verfügung gestellt werden, dass ein Catering zur Verfügung gestellt wird, ein Flugticket gekauft wird und so weiter. Ganz wenige, also fast gar keine der Vereine erhält regelmäßige Fördergelder aus öffentlicher Hand. Und dazu ist zu sagen, dass bei großen Fördertöpfen, wie sie zum Beispiel von der ADA, von der African Union oder von der EU vergeben werden können, oft der administrative Aufwand, so einen Antrag überhaupt zu stellen, schon eine immense Hürde ist. Gleichzeitig kommt dann auch noch dazu, dass oft eine Entscheidung über eine Förderung oder nicht, nicht klar kommuniziert wird. Das heißt, es besteht oft große Unsicherheit darüber, warum ein Antrag jetzt eigentlich nicht angenommen wurde oder was man verbessern könnte in Zukunft, damit das vielleicht doch angenommen werden könnte. genau. Und am letzten Punkt haben wir noch Covid-19, also die Corona-Pandemie und Black Lives Matter. Die Corona-Pandemie hatte verschiedenste Auswirkungen. Negative haben wir herausgearbeitet, aber eigentlich auch positive. Also natürlich haben sich Community-Building-Activities abgesagt, man konnte sich nicht persönlich treffen. Das hat natürlich einen Einschnitt gehabt, deswegen, das wurde auch schon vorher erwähnt, dass das sicher auch ein Grund ist, weshalb gewisse Organisationen heutzutage keine Arbeit mehr leisten können, weil eben das Netzwerken und das persönliche Treffen fehlt. Was auch eine wirklich einschneidende Sache ist, dass geplante Trips, also auch im In- und Ausland, abgesagt werden mussten, die auch teilweise von den Initiativen oder Mitgliedern der Initiativen selbst bezahlt wurden und nicht refundiert wurden oder werden konnten. Also das heißt auch wieder, dass die Arbeit, die eh schon unbezahlt gemacht wird, dann auch nicht stattfinden kann und man eigentlich auch noch finanzielle Büßen dafür einnehmen musste aufgrund der Corona-Pandemie. Aber es gab auch positive Auswirkungen sozusagen, also es gab auch die Gründung neuer Organisationen, weil eben die Personen, die neben der normalen Lohnarbeit schon diese Arbeit teilweise nicht die Zeit dafür ist, diese Zeit hatten, um eben neue Organisationen gründen zu können. also das war eine der positiven Auswirkungen. Was auch sehr positiv herauszustreichen ist, dass es eben eine stärkere Nutzung von Online-Tools gab und da auch die transnationale, also die länderübergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung da stärker anintensiviert eigentlich werden konnte. Zu Black Lives Matter kann man sagen, ähnlich wie bei der Corona-Pandemie, war das auch, also das Aufkommen der Black Lives Matter, oder das erneute große Aufkommen der Black Lives Matter-Bewegung war eben auch die Gründung von neuen Organisationen. Also es haben sich sehr, sehr viele Organisationen in dieser Zeit gebildet. Es gibt eben auch durch die, es kam auch zu mehr Sichtbarkeit, eben auch von größeren Institutionen, vor allem von weißen Institutionen, kam es eben auch zu mehr Sichtbarkeit für die Anliegen und die Arbeit schwarzer Menschen. Was man hier auch noch erwähnen sollte, ist, dass auch in den Interviews auch sehr stark auf gewisse Einzelpersonen eingegangen ist, die schon auch seit Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr viel Arbeit leisten für unsere Community, die teilweise auch nicht, sagen wir so, einer Organisation zugeordnet werden können, weil sie sich eben über Jahre schon in verschiedensten Organisationen Organisationen organisieren und dass auch diese Arbeit immer sehr geschätzt wird von den Interviewten oder wurde von den Interviewten und dass auch gesagt wird, dass einige der Vereine, die wir heute in den Porträts abgebildet haben oder auch die wir angeschrieben haben, wahrscheinlich ohne die Arbeit dieser Personen teilweise nicht existieren würden. Und um noch ganz kurz auf den vorherigen Punkt einzugeben, genau, also die Sichtbarkeit ist eben größer geworden, auch von Seiten der weißen Mehrheitsgesellschaften und auch von weißen großen Institutionen, aber es eben auch, das ist uns auch wichtig, ist, dass diese Arbeit, dass es hier ein Startpunkt ist und dass diese Arbeit intensiviert werden muss und die Arbeit schwarzer Menschen und Menschen aus der afrikanischen Diaspora eben besser gesehen und auch besser honoriert werden sollte. Als nächstes gehen wir auf die Empfehlungen ein. Die erste Empfehlung ist, und das kommt auch aus den Ergebnissen, kann man das ein bisschen ableiten in Geschlechtergerechtigkeit, was eben wichtig ist, ist, dass Geschlechtergerechtigkeit in allen Organisationen angeschrieben werden sollte, am besten auch statutarisch festgelegt werden sollte und dass auch bei größeren Organisationen angedacht werden sollte, dass eine Frauenquote eingeführt wird in den Führungspositionen, dass es eben vor allem große Organisationen oft von Männern geführt werden und dass es hier auch zu einer Geschlechtergerechtigkeit kommt. Das nächste Punkt geht es um die finanzielle Abgeltung. Danke, genau. Das ist ein ganz, oder vielleicht der zentrale Punkt dieser Studie, die Arbeit der Vereine muss nicht nur symbolisch, sondern auch monetär abgegolten werden. Und das gilt nicht nur für die Arbeit, die im Vordergrund stattfindet, sondern auch für die Arbeit, die im Hintergrund stattfindet, also die administrative Arbeit, Consultingarbeiten und dergleichen. Das nächste Punkt ist Transparenz und Objektivität, vor allem in Bezug auf die Finanzierung. Das bedeutet, dass eben, wenn ein Projekt, wenn eine Initiative gebildet wird und eben die Finanzierung gesucht, also eine Finanzierung eingereicht wird, dass die Entscheidung über die Finanzierung, vor allem, wenn der Bescheid negativ ist, dass es ein schriftliches Statement dazu geben soll, wieso die Finanzierung nicht stattgefunden hat. Das ist teilweise sehr undurchsichtig und sollte da eben, es sollte hier eine Transparenz herrschen. Was uns auch, auch eine Empfehlung unsererseits ist, ist es eben, dass die Finanzierung eines Projekts nicht von persönlichen Bekanntschaften oder Netzwerken abhängig sein sollte, sondern eigentlich von den Inhalten des Projekts, welchen gesellschaftlichen Mehrwert dieses Projekt hat und nicht genau, wen man kennt, sozusagen. Genau, aus dem nächsten Punkt haben wir auch noch die Unterstützung kleinerer Vereine und Initiativen, also größere, etabliertere Vereine und vor allem auch weiße Organisationen und Institutionen sollen den kleinen Organisationen, Gudrun hat es eh schon erwähnt, diese Bürokratie und auch den Weg zur Finanzierung hin, das sind sehr große Hürden und Organisationen und Initiativen, die diese Ressourcen haben, sollten kleine Organisationen und Initiativen dabei unterstützen. Es gibt dieses Consulting teilweise schon, die Sache ist nur, dass es noch nicht so bekannt teilweise ist und dass man auch hier dafür sorgen sollte, dass es mehr bekannt gemacht und gefördert wird, diese Unterstützung für kleinere Initiativen. Genau, wenn wir über Diversität reden, sollten Veränderungen wirklich gelebt werden, ohne dabei Symbolpolitik zu machen. Das heißt, dass österreichische Institutionen und insbesondere in diesem Kontext auch jene, die im entwicklungspolitischen Kontext tätig sind, zumindest einen Teil ihrer Führungspositionen an schwarzen Personen, mit schwarzen Personen zu besetzen, beziehungsweise mit nicht-weißen Personen. Genau, danke. Und wenn schon Projekte oder wenn Projekte am afrikanischen Kontinent geplant sind, und zwar nicht erst, wenn sie schon in der Implementierungsphase sind, sondern wirklich von Anfang an, wenn sie in der Planungsphase sind, sollen Expertinnen aus der afrikanischen Diaspora herangezogen werden. Und diese Arbeit muss natürlich monetär abgegolten werden. Genau, und schlussendlich haben wir noch weiterführende Forschungen, die eben wichtig sind. Aufgrund der zeitlichen, also wir hatten nicht so viel Zeit, deswegen sind auch sicher einige wichtige Aspekte nicht vorgekommen in unserer Studie. Das habe ich schon vorher kurz erwähnt, eben diese Persönlichkeiten, Persönlichkeiten, die eben schon sehr lange die Arbeit machen, die eben auch nicht einer Organisation sozusagen zugewiesen werden können. Die haben wir als Engaged Individuals und Community Role Models bezeichnet in der Arbeit. Und hier einerseits sollten eben diese Personen auch stärker in weiterführende Forschungen einbezogen werden und eben auch die Arbeit dieser Personen stärker noch sichtbar gemacht werden, weil es, wie gesagt, wird sehr, sehr viel gemacht. Als nächstes haben wir auch schon Remittances, also das sind Geldüberweisungen von Österreich in afrikanische Länder, die eben auch einen sehr großen Anteil, sehr, sehr groß sind. Die haben wir auch, also hier konnten wir auch nicht sehr viel darauf eingehen und das wäre auch natürlich für weiterführende Forschungen von Bedeutung. Schlussendlich haben wir dann noch verschiedene Aspekte. Ich lasse das mal hier kurz wirken. Genau. Wir sind in der Studie schon auf Geschlechterverhältnisse eingegangen. Ich glaube, da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben, sozusagen. Wir sollten auch in, also es sollte auch in Zukunft auf die Aufgabe und die Bedeutung von Religion und religiösen Gemeinschaften eingegangen werden. Auch die, welche Rolle Jugendliche und auch natürlich ältere Menschen spielen. Auch die LGBTQIA plus Community muss mehr in Forschungen einbezogen werden. Also diese Aspekte müssen mehr betrachtet werden und auch des Abled Communities. Und wenn man alle diese Aspekte ansieht, haben wir dann eigentlich schlussendlich sind wir auf die, darauf bekommen, dass in der, in weiteren führenden Forschungen eigentlich ein stärkerer Einbezug von Intersektionalität gemacht werden sollte. Also wir haben es auch in unserer Studie drinnen. Da ist aber auch, wie gesagt, noch einiges herauszufinden. Genau, das war es soweit von unserer Seite. Wir haben hier noch bei Nachfragen unsere Kontaktdaten und natürlich auch noch von Aiwetas die E-Mail und die Instagram-Seite zum Schreiben und Folgen. Dankeschön. Vielen lieben Dank und nochmal Gratulation für diese tolle Studie. Ganz frisch gebacken. Ich denke, ein paar Exemplare liegen auch noch dort, wenn die nicht begriffen worden sind. Aber ich denke, demnächst werden wir die auch downloaden können. Gut. Danke. Wir werden Ihnen zwei paar Minuten geben, damit Sie die Präsentation verdauern. Sie werden ja auch darauf reagieren dürfen. In der Zwischenzeit, vielleicht sagt ihr uns jetzt endlich, was ist diese Aiwetas? Ich bin schon sehr neugierig. Was ist denn das? Das steht da überall bei euch, bei eurem Namen. Das passt für eure zweite Identität. Was ist denn das? Aiwetas steht eben für Advancing Equality Within the Austrian School System. Wir sind ein eigentlich sehr innovatives und auch einzigartiges Bildungsprojekt, was sich eben vor allem um ein gerechtere und realistisches Bild von Menschen mit afrikanischen Herkunft und mit Menschen und eigentlich auch Afrika allgemein auseinandersetzt. Und vor allem, wir arbeiten jetzt vor allem im österreichischen Bildungswesen. Unsere Angebote richten sich eben an AkteurInnen im österreichischen Bildungssystem, aber auch genauso an private Institutionen. Genau. Was auch wichtig ist zu erwähnen ist bei Aiwetas, dass wir eben auch sehr auf der institutionellen Ebene arbeiten. Also es geht eben auch um nachhaltige Veränderungen, zu erreichen, weil eben die sozusagen die Rassismen, die wir spüren, das ist ja auch auf einer höheren Ebene verankert. Und wir haben eben verschiedene Gruppen, die eben versuchen, diese Ebenen von verschiedenen Blickwinkeln zu tacklen, sozusagen, um da eben eine wirklich nachhaltige Veränderung für schwarze Menschen und auch für das Bild über Afrika, das in Österreich herrscht, das zu verändern. Genau. Also was wir konkret machen oder was konkret angeboten wird, ist zum Beispiel unter anderem die Revision von Schulbüchern und didaktischem Material, aber auch die Erstellung von neuem didaktischem Material. Genau. Genau. Wir sind auch, also Gudrun und ich vor allem, wir sind in der Schulbuchanalyse, also in der wissenschaftlichen Gruppe, bei uns geht es vor allem darum, dass wir österreichische Schulbücher, es gibt echt hunderte sozusagen, uns anschauen und diese wissenschaftlich analysieren und eben auch sehen, welche wie Afrika und auch schwarze Menschen abgebildet werden in diesen Büchern. Es gibt auch eine Gruppe, die sich eben mit, die eben Workshops macht mit Pädagoginnen, um eben denen ein rassismuskritisches Bild mitzugeben. Es gibt auch, was man dazu sagen muss, ist, dass die Schulbücher, wir analysieren die, aber das ist ja natürlich ein Prozess, das dauert einige Zeit, auch, dass sie diese Schulbücher dann wirklich verändern. Wenn Kinder mit diesen Schulbüchern, die eben rassistische Bilder schon innehaben, sich auseinandersetzen müssen, dann bieten wir auch da so Workshops an mit den Kindern, um da auch sozusagen ein Gegennarrativ aufzubauen. Okay, das steht jetzt in den Schulbüchern, aber es gibt, das Bild von Afrika ist anders und das ist nicht nur so. Und Gruppe C, also die wissenschaftliche Analyse, wir haben auch Critical Whiteness Workshops, wo es auch nochmal um das Bild, also wo es darum geht, dass sich weiße Menschen in Institutionen vor allem nochmal mit ihren eigenen Privilegien auseinandersetzen und eben versuchen, das zu ändern und auch ihre Privilegien zu nutzen, um auch schwarze Menschen sozusagen zu helfen, also zu unterstützen, sozusagen und eben genau da mehr Sensibilisierung aufgebaut wird. Und wie geht das Angebot angenommen? Zunehmend, eigentlich immer mehr und immer besser. Von Anfang an würde ich sagen, war wirklich ein reges Interesse für die Projekte, für das Angebot da. Jetzt natürlich, je mehr Projekte wir haben, desto mehr Sichtbarkeit gibt es auch für unser Angebot und es wird wirklich sehr, sehr, sehr gut angenommen. Natürlich jetzt durch Corona-Maßnahmen müssen dann eben auch manche Dinge in einem Online-Format stattfinden, was aber vielleicht auch ganz gut ist, weil es dann auch den Zugang, eben vielleicht für manche sogar ein niederschwelligerer Zugang ist, als wenn sie zum Beispiel jetzt extra nach Wien anreisen müssen oder wenn wir extra woanders hinreisen müssten, sozusagen. Und ja, also das Projekt gibt es eben jetzt schon seit eigentlich ein bisschen über zwei Jahren, also seit 2019. Wir waren eigentlich beide von Anfang an schon dabei und das ist vielleicht auch noch wichtig dazu zu sagen, vor allem eben im Rahmen von dieser Veranstaltung, dass unsere nach wie vor 25 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sehr viel von dieser Arbeit Monate oder fast Jahre lang eigentlich unentgeltlich gemacht haben und da einfach wirklich sehr viel Enthusiasmus, sehr viel einfach das Verständnis dafür, dass das ein Thema ist, dass wir jetzt angreifen müssen und dass wir jetzt angehen müssen und dass wir eben von neuen Blickwinkeln oder von ganz vielen unterschiedlichen Blickwinkeln angehen möchten und anbieten. Ja, vielen Dank. Ich denke, die Studie ist auch eine Bereicherung für diese Initiative. Passt total gut dazu. Gratuliere. Danke. Gut, Studie liegt vor uns, aber schiebt man jetzt zu den Expertinnen, Leute, die schon sehr lange in dem Bereich arbeiten, in Partnerschaften, aber auch irgendwie, also ich kenne Kandem von einer, als eine Person, die schon sehr, sehr lange engagiert ist, als Person, aber auch in Communities. Wie siehst du das? Oder hast du andere Beispiele, die du da ergänzen kannst? Was bewegt diese Präsentation bei dir? Na ja, ich möchte mich zunächst einmal schon bei den zwei Damen, drei Damen eigentlich mit der abwesenden Sina sehr bedanken. Für Ciala, aber auch natürlich für alle anderen Organisationen, die in dieser Studie vorkommen, aber auch diejenigen, die nicht vorkommen, so wie sie selber gesagt haben. Danke, Franz, danke, VIDC und alle, die überhaupt die Idee hatten, diese Studie so zu machen. Ich muss dazu sagen, das ist sozusagen ein sehr schöner Beginn, die jetzt andockt zu, was sozusagen schon in der Vergangenheit auch schon passiert ist, aber in dieser Form auf nationaler Ebene ist, ich meine, ich kenne keine andere Studie in dieser Form mit dieser Thematik. Deshalb sage ich noch einmal Danke. Das ist wirklich meine Meinung dazu. Das zeigt natürlich, dass etwas sich in dem Bereich tut, dass die afrikanischen Diaspora-Organisationen, die sozusagen diesen Fokus auf dieser Thematik haben, präsent sind, vielleicht bis jetzt wenige Sichtbarkeit genossen konnte, aber ich glaube, mit dieser Studie ist sozusagen eine neue Form der Sichtbarkeit, vielleicht wissenschaftlich in dieser Form, ja, also das ist sozusagen meine schnelle Reaktion auf diese Studie, natürlich gab es sehr viele Diskussionen, sehr viele Austausche, auch mit Franz haben wir ab und zu darüber diskutiert und viel telefoniert mit anderen Akteurinnen, die auch hier präsent sind, das heißt, ich spreche jetzt nicht, natürlich werden sie auch vielleicht später sagen, aber jetzt nicht nur in meinem Namen, weil wir haben eine sehr viele Austauschkultur in der afrikanischen Community und so weiter, deshalb danke noch einmal. Bist du schon fertig? Oder soll ich über was anderes noch reden? Na, du kommst sicher noch zu Wort, danke für deine Fähigkeit, die Sachen zusammenzubringen, jetzt gehe ich zu Elena, Elena Caritas, die Caritas, das ist die Organisation und die hat sogar Partnerschaften in afrikanischen Ländern. Was war für dich dabei in der Studie? Entschuldigung, ich muss das jetzt einmal da rechnen. Ja, ich möchte mich zuerst auch herzlich bedanken für die Studie und überhaupt, dass ich eingeladen wurde. Ich habe die Studie extrem spannend gefunden, muss ehrlich sein, war durchaus auch überrascht, wie viele Diaspora-Organisationen in Österreich wirklich in der Projektarbeit und der Programmarbeit in der Auslandshilfe tätig sind. Also das ist so nicht bekannt, man kennt einige Initiativen, aber deswegen ist das sehr, sehr spannend und hilfreich, das einmal so in einer Studie zu haben. Also bitte ganz viel ausschicken, wirklich viel Werbung auch dafür zu machen. Und ich möchte gleich auf das Thema der Diskussion zurückkommen, die Sichtbarkeit, das zeigt jetzt auch die Studie und jetzt auch, also ich, das ist jetzt eine, wir haben jetzt nicht sehr, sehr viel Kooperationen mit afrikanischer Diaspora, dass das auch nicht automatisch bekannt ist. Und im Prinzip ist es auch Zivilgesellschaft in Österreich, die in der EZA tätig ist. Und was ich schade finde, ist, wir sind ja so als Hilfsorganisationen in der EZA, wir treffen uns ja sehr oft im Rahmen der Plattform der AG Globale Verantwortung. Dort gibt es sehr viel Austausch zu Themen, dort gibt es gemeinsames Lobbying und dort gibt es durchaus auch, wenn es Förderschienen gibt, wo es Konsortialanträge gibt, dort wird gesprochen, wer könnte da einreichen und die Leute, die da präsent sind und die Organisationen, die präsent sind, sich zu Wort melden, die kommen dann auch sozusagen ja, dann bildet man Konsortien und das ist sehr sehr schade, dass hier die afrikanische Diaspora eigentlich nicht präsent ist, nicht Mitglied ist, also die AGGV hat glaube ich 30 Mitgliedsorganisationen und wenn man hier liest, wie viel da eigentlich passiert, ist das eigentlich schade und wäre vielleicht schon ein Schritt, sich das zu überlegen, ob man hier nicht ein bisschen präsenter ist. Vielleicht auch zu Kooperationen, die Caritas ist in Österreich die Auslandshilfe ja so aufgestellt, wir sind föderal organisiert, also wir haben Caritas-Organisationen in allen Bundesländern, die alle auch Auslandshilfe machen, also wir arbeiten in insgesamt 18 Partnerländern und ich habe da jetzt einmal rund gefragt, gibt es Kooperationen mit Diaspora-Organisationen in den Bundesländern und die Rückmeldung war wirklich, wir kennen die Leute, schon im Bildungsbereich, im Entwicklungspolitischen, im Bildungsbereich gibt es Kooperationen, aber in der Auslandsarbeit selber nicht und das hängt wahrscheinlich schon damit zusammen, dass wir als Caritas ja nicht selber jetzt in Äthiopien Projekte implementieren, sondern das immer mit afrikanischen Partnerorganisationen machen und insofern der Mehrwert hier einer Kooperation mit der afrikanischen Diaspora in Österreich jetzt nicht per se gegeben ist, weil wir eigentlich mit dem Partnerorganisationen, mit einer kongolesischen Caritas dann zusammenarbeiten und hier schon sicherstellen können, dass unsere Projekte auch vor Ort konzipiert werden, die Begünstigten befragt werden und also das ist jetzt einmal per se nicht der Mehrwert, aber wenn ich die Studie lese, wird schon so im Rahmen von Konsortien einfach Möglichkeiten geben, sich hier zusammenzutun, zum Beispiel zu Women Empowerment, glaube ich, gibt es hier sehr, sehr viel Expertise in den Diaspora-Organisationen, wo man sich durchaus zusammentun könnte, natürlich braucht es dann Überschneidungen, dass man in ähnlichen Ländern arbeitet, aber hier könnte ich mir vorstellen, so diese thematische Expertise, dass man voneinander lernt, also hier könnte ich mir, gibt es sehr viel Potenzial, glaube ich. Vielen Dank, das macht Mut, also es gibt Potenzial. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir in den Austausch ansteigen, ich check mal bei dir, gibt es noch was? Gut, natürlich habe ich tausende Fragen, aber das Publikum hat Vorrang, und somit werde ich jetzt ein paar Fragen oder Ergänzungen ansammeln und wir reden dann drüber. Wenn Fragen speziell an eine Person gestellt werden, bitte auch so definieren. kann ich auch dabei vorstellen, bitte, dass wir wissen, der fragt. Mein Name ist Aik Okafo von Linz, vom Verein Black Community, den gibt es seit 2005 in Linz. Eigentlich, der Verein ist aufgrund der Tode von einem Afrikaner in der Polizeianhaltsstelle in Linz entstanden, 2005 und wir arbeiten schon sehr lange in diesem Bereich, haben auch diese verschiedene Limitations, die die Kollegen, die diese Forschung gemacht haben, auch haben. Zuerst mal danke für die Leute, die überhaupt die Idee gebracht haben, dass es überhaupt wichtig ist, auf dieser wissenschaftlichen Ebene sowas zu machen. Zuerst mal habe ich die Frage, während Sie das konzipiert haben, hat für Sie Afrika nur die Schwarzafrikaner, die Westzentralafrika gegolten oder sind auch die Leute aus der Nordafrika einbezogen, weil in die ganze habe ich kaum wer was dort gesehen. Danke. Danke, vielleicht sammeln wir weiter mit der Kollegin neben Aik Astrid Zimmermann, ich bin Mitglied des Kuratoriums vom VIDC und mich würde interessieren, welche Kriterien haben Sie angewandt, wann ist eine Organisation eine Diaspora Organisation? Also wie haben Sie die ausgewählt? Wunderbar. Da war noch eine. Danke. Danke. Remi Tchokote, ich bin an der Universität Wien im Bereich der Literatoren aus Afrika. Zwei Fragen hätte ich. Die erste Frage, was ist das Zielpublikum? Denn es ist von der Struktur sehr akademisch, vom Jargon sehr akademisch. Sie sprechen die ganze Zeit zum Beispiel von Intersektionalität. Wie sicher wollen sich denn das alle verstehen, worum es geht? Anders formuliert, warum gibt es die Leute, mit denen sie gearbeitet haben, können sie mit diesem Jargon, mit dem Text was anfangen, wenn sie von Forschungsfragen, methodische Ansätze, Ergebnisse, das ist zu klassisch, ich befürchte, dass da ein Problem entstehen könnte. Zweite Frage, wir sitzen hier in einer Veranstaltung, Vienna International Development, weil sie Dialog, ich bin zum ersten Mal hier, muss ich zugeben, wie international ist dieser Kreis? Danke. Ich frage, ich frage, ich frage, einen schönen guten Abend, ich gratuliere euch für die gelungene Studie, ich habe keine Frage, eigentlich nur Kommentare, weil als Mitbegründerin der Schwarze Frauen Community, ich sehe, dass es gibt sehr viel zu recherchieren, ich habe diesen leidenschaftlichen Prozess seit wir ein paar schwarze Frauen in Wien und das möchte ich auch den Brüdern sagen, ich glaube, das mit Schwarz hat nicht mit Schwarz Afrika und Nordafrika sondern das ist ein politischer Begriff und somit glaube ich, es ist sehr wichtig zu recherchieren, welche zum Beispiel die Rollmodelle innerhalb der schwarzen Frauen, es gibt viele Frauen, die recherchiert haben, viele Frauen, die in Kulturschaffen arbeiten, Kunsthärerinnen, ich glaube, es ist sehr wichtig und auch in Politik und dass Politik nicht für mich bedeutet, dass es im Parlament zu sitzen, sondern was ist wie in die Gesellschaft politisch mit vielen Themen auseinandergesetzt. Betreffend Finanzierung ich fühle mich auch betroffen und ich habe immer gesagt, ich bin eine Frau mit globalem Rosengarten und mit wenig Brot und das trifft viele schwarze Menschen in Österreich. Danke. Okay, wir gehen mal die vier Fragen an und dann machen wir eine zweite Runde. Also die erste war, wie umfangreich ist Afrika in dieser Studie? Ich möchte mich gleich mal meiner Vorrednerin anschließen, dass afrikanische Diaspora, das wird auch in der Studie mehr definiert oder mehr darauf eingegangen, mehr als politischer Begriff auch bezeichnet wird, beziehungsweise schreiben wir in der Studie auch oft von Black Communities. Es war zu diesem Punkt gekommen, das sozusagen so einzugrenzen, war für uns jetzt prinzipiell auch von Anfang an eine Vorgabe vom VEDC, der wir gefolgt sind, am Anfang mehr oder weniger, ohne jetzt so viel das in Frage zu stellen, würde ich mal sagen. Aber es ist ganz klar, dass Black Communities in Österreich, die in diesem Bereich tätig sind, ganz viele Dinge gemeinsam haben und ganz viele Errungenschaften miteinander teilen und ganz viele Herausforderungen miteinander teilen. Deshalb diese Einteilung. Genau, und auf die Frage, wie wir ausgewählt haben, welche Initiativen und Organisationen, wir fragen, das steht auch in der Studie drinnen, wir haben Organisationen angeschrieben, die hauptsächlich aus Mitgliedern, also Schwarzmitteln, das kann ich erwähnen, ist immer groß geschrieben, also da geht es um eine selbstermächtigende Bezeichnung, die eben schwarz sind, auch die eben, wo es eben beim Aufgabenbereich oder bei der Tätigkeit vor allem um das Wohl, also es geht darum, dass es eben schwarzen Menschen durch die Arbeit, die geleistet wird, besser geht, also dass die Zielgruppe auch schwarze Personen sind und eben auch, dass die, nicht nur die Mitglieder, sondern auch die Führungspositionen, dass Personen in den Führungspositionen auch der Black Community oder der schwarzen Diaspora zugehört sind. Zu der Frage mit der Wissenschaftlichkeit, ich verstehe, dass es sehr wissenschaftliche Studie, ich glaube, dass die Studie vor allem auch an große weiße Organisationen rausgehen soll und Institutionen rausgehen soll, deswegen sind wir auch in diesem Jargon geblieben, um ihnen zu zeigen, wie professionell und gut und wichtig diese Arbeit ist, das heißt, es ist die Zielgruppe sozusagen, also wir haben, glaube ich, für diese Zielgruppe geschrieben, dass es eben, dass hier klar wird, das ist nach wissenschaftlichen Kriterien sozusagen abgearbeitet, um nochmal zu zeigen, wie wichtig und gut die Arbeit ist. So würde ich das beantworten. Genau, und dann ist es klar, dass eben auch so Begriffe wie Intersektionalität dann vielleicht nicht recht zugänglich sind für für andere Personen. Ich glaube, das ist auch, Gudrun hat das eh gemeint, dass wir eben mit viel sehr, sehr gut ausgebildeten Personen gesprochen haben, was ja einerseits sehr positiv ist, weil es zeigt eben, dass schwarze Menschen einen universitären Abschluss haben, aber natürlich ist auch die Frage, was ist mit Leuten aus der Arbeiterinnenklasse sozusagen. Genau, also ich danke für den Kommentar oder die Frage extrem wichtig und ich glaube, das ist auch ein Punkt, über den wir weiter nachdenken sollten, wie ein Zugang zu diesen Themen geschaffen werden kann, der sozusagen, der für alle Menschen zugänglich ist. Es ist die Studie jetzt auch auf Englisch geschrieben, wir haben sie jetzt auf Deutsch vorgestellt. Das ist natürlich auch für manche Menschen vielleicht schon mal ein Hindernis, wirklich jetzt ausführlich diese Studie konsumieren zu können sozusagen, aber es ist auf jeden Fall was, über das wir weiter nachdenken sollten. Wenn ich es gut verstehe, also die Definition von Diaspora-Organisation, die ihr verwendet habt, ist eine interne oder gibt es noch dazu eine Definition von Diaspora-Organisation, was die Kollegin wissen wollte, daher auch die Kriterien oder Also prinzipiell wir kommen eben beide aus der Wissenschaft und in der Wissenschaft also es gibt einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Ansätze diesen Begriff zu definieren. Möchtest du vielleicht sagen, wie wir uns auf diesen Also wir haben die Definition, glaube ich, wir haben die Definition aus der Somalier-Studie herausgenommen, wo es eben auch darum geht, um Personen geht, die eben einen anderen Staat angehörig sind, in gewisser Art und Weise, aber eigentlich in Österreich leben. Und definieren sich die Organisation auch selber als solche oder habt ihr das abgefragt oder wie war das? Sehen sich die Organisation als Asport-Organisation? Also die Organisationen, die wir auch schon länger sozusagen persönlich kennen, würde ich jetzt mal ohne zu zögern auf jeden Fall sagen, ja. Wir haben aber natürlich auch mit diesem Arbeitstitel gearbeitet und den distribuiert, also verteilt und also dieses Kriterium sozusagen wurde jetzt auf jeden Fall angenommen und nicht irgendwie in Frage gestellt. Also ich glaube, dass es da eine Zustimmung gab zu diesem Begriff. Danke. Zweite Fragenrunde. Ich fange an mit dem Kollegen. Mein Name ist Karl Semlitsch. Ich habe ein besonderes Interesse an Uganda. Aber meine Frage ist schon zur Hälfte beantwortet, habe ich gesehen, weil es ja um den Begriff gegangen ist. Meine Frage hätte gelautet, wieso Sie alle Organisationen, die sich ganz intensiv mit afrikanischen Ländern bemühen, in den Funktionen und Vorständen überall vertreten sind und unter dem Obertitel Partner aller Nationen läuft in Österreich. Das sind ungefähr so in Summe 120 Österreich Nigerianische Österreich Brasilianische Gesellschaft und so weiter und dort sind sehr sehr potente österreich afrikanische Organisationen dabei. die haben sie de facto ausgeschlossen und ich verstehe es nicht ganz, weil sie sagen, das ist ein Bildungsprojekt und wir wollen das sichtbar machen eigentlich und haben so ein großes Potenzial eigentlich nicht einmal gestreift. Also so habe ich das gesehen. Warum eigentlich nicht? Außer Sie haben es eh schon zur Hälfte erklärt eigentlich. Darum ist meine Frage jetzt zu spät schon. Das freut mich. Alexis kann ich nicht mehr aushalten. Aber dann musst du. Erstens mal ich will keine Frage stellen. Ich möchte mich auch bedanken, dass diese Studie einen ersten Schritt und da finden wir den Titel selber als Unsichtbarkeit. Da ist es ein Schritt um Unsichtbarkeit sichtbar zu machen. Aber ich nehme das Wort um eine Erklärung über Diaspora. Warum sage ich das? Weil ich bin der Präsident von Afrika Diaspora Development Platform in Brüssel und wir haben eine Definition für was wir als Diaspora nennen. Also Afrika Diaspora ist ein Begriff von Afrika Union sogar als Sechste Region wie man gesagt hat das sind alle Menschen mit afrikanischen Abstammungen die noch sich definieren als zugehörige zu dem Kontinent. Und wir in ADEPT dazu die Frage von anderen die welche Organisationen betrachten wir als afrikanischen Diaspora Organisationen sind jene in denen die Leitungsfunktionen die Menschen mit afrikanischen Abstammungen Entscheidungsträger sind. Also das heißt es kann auch eine afro- australische Gesellschaft keine Ahnung aber wenn wir bemerken dass zum Beispiel die Afrikaner die drin sind wie wir gesehen haben nur symbolisch sind das ist keine afrikanische Organisation und und deswegen sage ich das weil wir sind froh dass wir Porträte sind in dem Studio und aber gerade die Frage an die Kollegen die gearbeitet haben was uns interessiert ist das ist diesem Monat wir haben ganz europäische month for diaspora impact also wir sind daran interessiert von Adept zu wissen was ist mit dem Pakt von dieser Diaspora Organisation ist das vielleicht nicht zu empfehlen weitere Forschung oder habt ihr das auch bewusst geforscht oder nicht geforscht dritte der Schwerpunkte des Monats Partnerschaft also das heißt was verlieren wir mit Partnerschaft das war die Frage an unseren Experten was verhindert dass Partnerschaft gibt zwischen diesen unbekannten Organisationen die jetzt bekannt sind mit sogenannten einsässigen österreichischen Institutionen ja das war mal also Alexis hat Ergänzungen gebracht zu Diaspora Organisation Definition er wollte auch wissen ob ihr ein bisschen auf Impact von diesem Engagement angeschaut habt und was verhindert die Partnerschaften oder was sind die Hürde gut Kamdem ich denke du wolltest reagieren auf die Frage ich glaube er hat eine entscheidende Frage gestellt über die Impacten vor allem über die Mangel der Kooperationen die Afrikanische Diaspora Organisation so zu erfahren haben seit mehreren Jahren und ich glaube es sollte auch eine der wichtigen Fragen hier sein weil natürlich begrüßen wir diesen ersten Schritt aber es ist so dass das sieht mal welche Schwierigkeiten die Afrikanische Diaspora Organisation besonders in Österreich durchleben müssen es ist extrem schwierig nicht nur unsichtbar aber wir glauben auch dass diese Tatsache hat System da muss man die Sachen mit Namen nennen das hat System das hat diese Unsichtbarkeit das heißt die Organisation werden praktisch ignoriert das heißt die Erfahrung die wir und ich sage jetzt nicht nur ich aber wirklich die wir als Afrikanische Diaspora Organisationen haben in der Administration in Förderanträgen in der Kommunikation und im allgemeinen Sichtbarkeit die öffentliche Raum überhaupt ist eine sehr große und natürlich ich rede jetzt von systemischer Vorgehensweise weil es wird auch ganz bewusst so ich würde sagen da fällt mir das Wort vielleicht aber so angehabt ja dass die und das hat sozusagen wir haben das auch in der Diskussionen und wir glauben das dieser erste Schritt soll ermöglichen dass andere Schritte kommen einfach weil wir sehen ein bisschen wie es woanders läuft wir reisen sehr viel in andere Funktionen wir sehen wie es in Deutschland passiert in England in Frankreich und so weiter und man merkt einfach dass eine Zusammenarbeit dass eine Partnerschaft mit sehr vielen anderen Organisationen vor allem behördliche große NGOs fast unmöglich ist fast unmöglich ist weil Auffassungsunterschiede gibt ja es gibt keine Wille und das ist jetzt kein Angriff es gibt aber wirklich keine Wille weil einfach die Diskussionsfähigkeit fehlt vielleicht auf beider Seite die Sachen muss man auch nennen ich sage das weil wir jahrelang auch probiert haben das heißt oft werden unsere Intentionen weggeschoben degradiert oder die die Fähigkeit und wie soll ich sagen und die Kompetenz abgeschrieben ja und das ist sehr tief und sehr schlimm vor allem weil diese Diskussion überhaupt nicht stattfindet ja und die und nur Gott weiß wir führen diese Diskussion sehr oft und bis wir dann wie soll ich sagen die einige erfolgreiche Projekte die wir schaffen einige Akteure die hier im Haus die wissen wie wir diese Projekte schaffen aber dann ohne öffentliche Unterstützung und natürlich wird das überhaupt nicht sehr wahrgenommen wie es sein sollte oft diese Errungenschaften diese 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 etwas einige Projekte die wir schaffen werden sogar im Ausland viel mehr angesehen als in Österreich ja so weit dazu vielleicht kann ich später noch weiter aber es ist sehr wichtig das zu sagen vielleicht können wir auch noch darüber diskutieren aber ich sage noch einmal das ist ein erster Schritt natürlich die anderen Fragestellungen von Nordafrika oder südlich von Saara und so weiter wir arbeiten du weißt wir sind gewohnt dass entweder Nordafrika ist nicht Teil von Afrika oder nicht und so weiter diese Diskussion gibt auch nur eine Sache ist klar die afrikanische Diaspora Organisationen haben sehr sehr große Schwierigkeiten einfach weil Vorurteile gibt damit muss man beginnen und vielleicht ein bisschen diskutieren Dankeschön Danke Kamlem Helene ich würde dich sehr gern du diese Frage auch hören weil du eben Partnerschaften immer wenn ich Partnerschaften höre denke ich an dich Ich glaube ich habe es in meinem ersten Kommentar eh auch schon ein bisschen angesprochen sozusagen in der Auslandshilfe arbeitet die Caritas nur in Partnerschaften aber nicht bisher nicht in Partnerschaft mit anderen österreichischen Organisationen sondern unsere Partner Organisationen sind eben in den Regionen in den Ländern in denen wir die Projekte unterstützen also das ist jetzt eine kongolesische Caritas oder das ist eine Glaubenskongregation im Südsudan und insofern ergibt sich der Bedarf nicht per se dass man nun Partnerschaften mit anderen mit Diaspora Organisationen in Österreich eingeht weil man das Gefühl hat okay wir kriegen wir unterstützen die Organisationen vor Ort die schicken uns ihre Projektanträge die sagen das brauchen wir wir machen dazu Studien und wir unterstützen das direkt es gibt tatsächlich in unserer Arbeit jetzt nicht den großen Bedarf hier neue Partner Organisationen über österreichische Diaspora zu suchen weil wir so viele schon vor Ort haben und das teilweise gar nicht finanzieren können was ich aber schon gut finden würde und es ist jetzt schade dass der Herr von der Ader heute nicht da ist weil es gibt ja immer verstärkt und immer mehr so Konsortialanträge und Konsortialprogramme wo mehrere österreichische Organisationen gleichwertig jetzt nicht der eine fördert den anderen sondern gleichwertig hier gemeinsam Programme entwickeln und das würde ich würde ich schon sehr interessant finden weil es hier sicher sehr viel Erfahrung viel Expertise und Know-how das wir selber vielleicht hier nicht haben in Österreich dass man sich das dazu holt aber wirklich in Form von Konsortialprogrammen dass wir jetzt Projekte von afrikanischer Diaspora in Österreich fördern die Projekte in Kamerun fördern das ist so nicht Teil unserer Arbeit aber ja das genau was noch nicht ist kann ja auch werden und deswegen frage ich man kann ja auch zwei Schiene verfolgen nicht also ich meine diese Art zu arbeiten ist wahrscheinlich entstanden in der Zeit wo man nicht so eine engagierte Diaspora in Österreich hatte aber jetzt wo es die gibt kann man dann neue Wege ausdenken entwerfen andenken was wäre dabei Hindernisse du musst jetzt nicht ein Rezept geben nur so überlegen gemeinsam ich glaube der erste Schritt wäre wirklich sich öfters einmal zusammenzusetzen sich wirklich ein bisschen mehr kennenzulernen zu schauen wo weil hier kommt ja jetzt nicht heraus zum Beispiel Burkina Faso in welcher Region jetzt die Organisation hier arbeitet wenn sich das überschneidet mit den Regionen in denen die Caritas arbeitet würde es das sicher Möglichkeit geben sich was gemeinsam zu überlegen oder gemeinsam wo was einzureichen auch ja hab's gehört super gut eine weitere Fragerunde Ergänzungen mit welcher Frage wir haben zu Partnerschaften reagiert wollt ihr was ergänzen zu Partnerschaften in Park Impact habt ihr nach Impact angeschaut also wir sind in der also bei den Porträts haben wir auch immer über Projekte und Aktivitäten der vorgestellten Vereine gesprochen also da würde ich sagen ist der Impact auf jeden Fall sichtbar an sich ist der Impact der Studie eben da dass eben auch die Zusagen gemacht werden eben die Kooperation zu intensivieren und eben auch wie gesagt die Sichtbarkeit größer zu machen für die für schwarze Organisationen da würde ich den Impact sehen eben aus der Sozialforschung kommend das wäre halt nochmal eine sehr große andere aufwendige Studie überhaupt mal zu definieren woran messen wir den Impact wie können wir diesen wie messen wir das wie wissen wir ob jetzt etwas erfolgreich war oder nicht oder was das wie viel beeinflusst hat und so weiter also im Rahmen dieser Studie war das nur eben möglich im Sinne von die und die Projekte finden statt und die werden auch sicher viele Menschen erreichen diese Projekte aber wer genau jetzt bis zu welchem Grad wovon sozusagen profitiert oder erreicht wird war eben diese Forschung nicht möglich zu erheben im Detail sozusagen ja aber ich denke schon dass der Impact auch irgendwie gelebt wird ich meine allein dass ihr solche Projekte macht das Angebot in den Schulen dass ihr auch in Anspruch genommen wird ich habe hier auch einige analysiert an Schulbüchern also ich sehe schon dass da was weiterkommt dank eurer Arbeit oder dank der Arbeit der Organisationen Fragen noch eine Runde wie ah ja online wir bringen das Mikrofon zu Facebook es gibt eine Frage an die Frau Unterkuggenberger aus von der Teresa Mertens und zwar würden die Diaspora-Organisationen beziehungsweise Mitglieder der Diaspora nicht spezifisches Wissen und Erfahrungen mitbringen da sie eine wichtige Schnittstelle zwischen dem globalen Norden und Süden bieten die weder Organisationen wie die Caritas im Norden noch Projekte im Süden haben das wäre mal eine Frage und dann gibt es eine Frage ebenfalls von derselben Dame wann wird es die Studie zum Download geben vielleicht Franz an dich die Frage beziehungsweise wie kann man sich das Ganze nochmal nachlesen und es gibt zwei positive Rückmeldungen zum einen vom Kulturverein und der Buchhandlung Afri Eurotext sie gratulieren zu der Studie und eine lobenswerte treffende Sichtbarkeitsarbeit sei das und auch von der Rebecca sie bedankt sich ganz herzlich für die für diese Veranstaltung und die Studie danke Helene du bist das war eine direkte Frage an dich das ist durchaus aus möglich dass es hier sozusagen da ist eine spezifische Expertise sicherlich sogar von afrikanischen diaspora Organisationen ist sozusagen diese beiden Perspektiven einzunehmen das könnte durchaus sein dass es hier wie sich das dann in der Projektarbeit widerspiegelt wüsste ich nicht aber so im Bereich Beratung dass man sozusagen eigene Projekte sich noch einmal drüber schauen lässt um hier schon noch einmal so eine andere Perspektive drauf zu haben das könnte durchaus spannend sein aber das möchte ich vielleicht auch an den Herrn Kandem weitergeben der da vielleicht auch eher noch was dazu sagen kann was sozusagen diese beiden Perspektiven was das dann sozusagen an zusätzliche Expertise auch bringt naja also zur Frage der Kooperation Partnerschaften kann ich das nur unterstreichen können wir mich überhaupt ich dich schon okay ja also da ich glaube da habt ihr vorher erwähnt dass zu wenig Meinung von der Diceborg überhaupt gehört wird ja zum Beispiel bei der Planung zum Beispiel wenn eine Idee von einem Projekt in den afrikanischen Ländern zum Beispiel gibt das sozusagen afrikanische Expertinnen beigezogen werden könnte und so weiter weil diese Kritik gibt auch und ich glaube diese Organisation wissen auch deshalb ist es natürlich bei so einem Zusammentreffen heute das auch anzusprechen weil es gibt natürlich nicht nur die Caritas in dem Sinn aber viele andere große Organisationen die sozusagen mit uns arbeiten können und wie gesagt wir haben schon bei dieser alle Organisationen Versuch ab und zu eine Zusammenarbeit anzustreben aber es fruchtet nie oft weiß man überhaupt nicht mit wem man sprechen kann und so weiter nur wir sehen nur und hören alles was diese Großorganisationen in Afrika tun und oft natürlich werden die afrikanischen Communities oder Diasporas sozusagen oft beigezogen wenn es so eine kleine Veranstaltung gibt und dann brauche sozusagen eine Musikgruppe oder etwas zum Essen was natürlich auch gut ist aber wie gesagt es ist wirklich ein Plädoyer heute zu sagen wir brauchen ernsthafte Zusammenarbeit auch in der Planungsphase bis zur Umsetzung sozusagen dass man zum Beispiel in der Community und es gibt genug Leute jetzt in der Community es ist nicht so wie vor 20 oder 30 Jahren wo man sozusagen nicht so viele Menschen aus afrikanischer Diaspora hier hatten aber jetzt gibt es sie genug da haben wir auch mit der Studie gesehen dass es so viele Organisationen gibt die verschiedenste Themen ansprechen die auch in großen Organisationen sozusagen auf gewisse Funktionen intervenieren können ja danke wir machen noch eine letzte Runde wir haben leider nur noch zehn Minuten Zeit bist du Performance aber die Dame war schon so lange genau nein braun rot rot rote Maske oder rote Maske nein nein roter Maske ganz hinten ach so die andere rote Maske aber beide kommen dran weil die beide rote Masken haben Organisationen. Ich habe hier einen Zettel bekommen über den VIDC Podcast, der heißt Blickwechsel und ich möchte jetzt den Blick wechseln und sagen, was ich nicht verstehe ist, dass Österreich es sich leisten kann, so eine Ressource wie die Diaspora nicht zu nutzen. Österreich dilettiert auf zwei Gebieten mit Afrika. Das eine ist ein wachsendes wirtschaftliches Interesse. Man redet immer davon, das ist der Neumarkt und da müssen wir was tun und so. Und das andere ist die Migrationspolitik, die ja auch mit völlig hanebüchernen Vorurteilen arbeitet, was da jetzt für große Gefahren aus Afrika kommen. Und dann hat man hier so viele Diaspora-Organisationen und wer mit denen zu tun gehabt hat, aber offensichtlich unsere Politiker und Wirtschaftskapitäne nicht, der weiß, dass es hier eine Gruppe von hochgebildeten und gut vernetzten Leuten gibt. Das ist eine Ressource. Und diese Ressource müsste man eigentlich von österreichischer Seite nutzen. Also nicht so sehr, Sie haben sehr viel gesprochen über die Ermächtigung der schwarzen Menschen in Österreich. Diese Menschen können helfen, Österreich zu ermächtigen, mit Afrika in verschiedenen Formen zusammenzuarbeiten. Und das würde dann gleichzeitig auch die, sozusagen, dass das eins dieser finanziellen Probleme lösen. Denn wenn man Konsulenten sich holt, wenn man sich beraten lässt in der Politik oder in der Wirtschaft, dann sollte man dafür auch bezahlen. Und ich glaube, darum wäre es wichtig, diese Studie auch nicht so sehr in der Entwicklungszusammenarbeit, nicht so sehr, also natürlich da auch und in der Community zu verbreiten, aber unter den Dilettanten in den Wirtschaftsorganisationen, der Wirtschaftskammer, in den politischen Institutionen, die mit Afrika zusammenarbeiten wollen und nicht begreifen, dass sie hier so viele Fachleute haben, mit denen sie das tun können. Die zweite Dame. Ja, danke. Julia Reinhardt ist sehr passend. Ich bin vom Grünen Club im Parlament. Also ich werde die Studie mitnehmen und es auch verteilen. Vielen Dank auch an die Forscherinnen für diese großartige Arbeit und die Ausarbeitungen. Ich hätte gleich direkt eine Frage und zwar zum Punkt der Finanzierung. Ein paar Gründe wurden schon genannt, warum die Finanzierung nicht stattfindet, schwierig ist. Aber ich wollte jetzt noch mal konkret nachfragen, wegen den Gründen, ob da in der Forschung noch genauer was herausgekommen ist. Liegt es auch ein bisschen an einer mangelnden Sensibilisierung von verschiedenen auch staatlichen Institutionen, wo jetzt dieses Thema auch teilweise angesiedelt ist? Also wir haben irgendwie so viel heute gehört im Bereich Frau und Gender, im Bereich Integration, im Bereich EZA. es gäbe halt verschiedenste Möglichkeiten. Liegt es an einer mangelnden finanziellen Ressourcen oder Wertschätzung und wie ist da die Zusammenarbeit und die Erfahrungen von anderen Diasporen? Danke. Ich liebe Ergänzungen. Willst du ergänzen oder Fragen? Okay. Danke vielmals. Vielen Dank. Mein Name ist Yusuf Jakit. Ich bin von Adi Fee. Ja und ich werde zuerst mich bedanken zu Gudrun und Maeda für diese Superarbeit. Und ja, ich wollte über Partnerschaft wieder und Finanzierung reden, weil seit 30 Minuten ich hatte erwartet, dass wir wirklich unsere Target-Gruppe erwischen, ADA zum Beispiel. Warum ist ADA nicht da? Diese Forschung zeigt klar, dass wir sind wirklich da. Wir machen viel. Und meiner Meinung nach, wir sollten mit ADA reden. Wie wir als Diaspora, wir Teile von dieser Entwicklung zusammenarbeiten werden. Das ist klar, dass wir sind Teil davon. Aber wie können wir auch Ressourcen bekommen? Ist die Frage. Ich hatte wirklich erwartet, dass die kommen und wir darüber reden. Sonst, ich verstehe nicht, warum sollte Caritas ihre Modellmechanismen wechseln wegen uns? Wir haben was. Es funktioniert schon. Aber wir als Diaspora, wir leben hier. ADA ist unsere Target-Gruppe. Und so sollte unsere Ziele. Und so sollte unsere Diskussion Richtung sein, meine Meinung nach. Jetzt die Frage ist, wie können wir machen, damit die zu uns kommen oder uns zu denen wieder gehen, damit wir darüber reden, einfach Teil von dieser Einwirkungszusammenarbeit werden. Danke. Sehr gut. Nachdem ADA nicht da ist, das werden die nachhören. Oder hat wer eine Antwort? Wie? Auf Facebook. Sie werden nachhören. Wir werden die Einladung nachhören. Auf Facebook. Bist du damit zufrieden? Sehr gut. Okay. Dann überlegt man doch. Weil es gab noch drei Wortmeldungen, die ich auf jeden Fall nehmen kann. Dann kann man doch. Sie wollten was sagen. Vielen Dank. Walter Sauer ist mein Name. Ich bin ehemaliger Geschichtslehrer. Mir würde etwas interessieren noch in Richtung die Aktivitäten der Vereine, die Sie untersucht haben. Ich konnte die Studie jetzt nicht im Detail lesen, aber teilweise sind es Aktivitäten, die hier gemacht werden, um Leute zusammenzubringen und zu vernetzen. Aber es sind auch Projekte in Afrika dabei. Und da würde mich interessieren, sind das eher humanitäre Projekte? Weil es werden viele humanitäre Projekte gemacht. Jede Pfarrarbeitskreis, Dritte Weltarbeitskreise, jeder Pfarre macht irgendwo ein Projekt. Oder sind es eher politische Projekte? Sie haben ja betont, Schwarz ist für Sie ein politischer Begriff. Also wirkt sich das auch in der Projektplanung, Projektdurchführung aus? Sind es Projekte, die, sage ich jetzt, auf soziale Gerechtigkeit, also Struktur, strukturelle Ziele haben? Soziale Gerechtigkeit, Frieden, was in vielen afrikanischen Ländern leider ein großes Thema ist. Grundeinkommen, sage ich mal. Also sind die Projekte dieser Vereine eher humanitär, was ja auch nicht schlecht ist. Aber ich glaube, wir haben auch gelernt, in den letzten Jahrzehnten ein bisschen mehr zu denken, was sind strukturelle Ursachen von sozialer Ungerechtigkeit? Und muss man nicht Projekte auch quasi auf die Strukturen hin planen und durchführen? Das würde mich interessieren, wie Sie jetzt quasi das einschätzen. Gut, du? Danke. Zur Finanzierung möchte ich noch mal sagen, ja, wir haben jetzt über mehrere unterschiedliche, sozusagen individuelle Hürden und Probleme geredet, aber ich glaube, um noch mal auf das zurückzukommen, was der Kamm dem eh schon ganz klar gesagt hat, also da geht es um ein strukturelles Problem. das sind Strukturen, das sind Strukturen, die Menschen der afrikanischen Diaspora ausschließen oder die nicht dafür gemacht sind, sozusagen diese Ideen und diese Ansätze ins Boot zu holen. Genau. Und die eben auch so existieren, dass diese Arbeit eben keine Sichtbarkeit bekommt und deshalb danke für den Kommentar mit diesem Blickwechsel, Blickwechsel, ja, mit dem Blickwechsel, ein sehr wichtiger Kommentar. Ja, genau und ich glaube eben solche Events, ich meine solche Diskussionen, warum sitzt jetzt niemand von der Ader am Tisch, gab es schon, wird es wahrscheinlich immer wieder geben, aber ich denke mir, da sieht man auch, das ist auch ein Ausdruck von diesem strukturellen Problem, dass wir dann vielleicht, also nicht ich persönlich, aber die Vereine und Organisationen in diese Bittsteller-Position gedrängt werden, also bitte kommt jemand von der Ader und es hat sich eine Person für heute angekündigt, kann man nichts machen, Krankheiten erwischen und zwar noch immer, aber es hätte auch sein können, dass mehr als eine Person das Interesse ankündigt und mehr als eine Person geplant hätte, von der Ader hierher zu kommen. Wir, ich nehme an, dass Sie oder ihr alle jetzt mehr oder weniger in eurer unbezahlten Freizeit hier sitzt und an diesem Event teilnehmt und das Gleiche, glaube ich, wird eben sich auch von Organisationen wieder Ader gewünscht. Also Entschuldigung, ich gehe da so zur Säule hin. Ja, willst du Walters Frage machen? Genau, also ich glaube, die Projekte sind schon, einige sind humanitär, was, glaube ich, schon auch gemacht wird, sind schon auch strukturelle Veränderungen. Es gibt auch ein Frauennetzwerk, das eben auch im Horn von Afrika arbeitet, wo es eben auch um die politische und nachhaltige Veränderung, auch Verbesserungen für Frauen geht und die, würde ich sagen, es arbeitet klar politisch und versucht eben das nachhaltig, also auch die anderen Projekte sind nachhaltig, aber sozusagen auf den höheren Ebenen Verbesserungen zu erreichen und ich glaube, bei AIW, das ist es ja auch so, dass wir auf einer institutionellen Ebene arbeiten und eben auch versuchen, höhere, höhere Ebenen zu tacklen, sozusagen. Genau, und auch die großen, die schon größeren sozusagen, Entschuldigung. Nein, pass, ich wollte nur zustimmen. Gerade auch bei den größeren Organisationen und Vereinen, die oft auch eben international aufgestellt sind oder vernetzt sind, findet auch einfach wirklich sehr viel Lobbyingarbeit statt und da wird auch auf der Ebene von politischen Veränderungen, auf oberster Ebene sozusagen auch gearbeitet, sowohl in Österreich als auch in afrikanischen Ländern. Ich leite ein Institut für die nachhaltige Stadt und habe da jetzt in Kürigem in einem Ort in Brüssel gerade ein Riesenprojekt, das wir gerade abschließen und das ist interkulturell und interreligiös ein Stadtviertel, das sozusagen ganz arm ist, wo wir aber mit hermeneutischen Fotointerviews, also mich hat auch das sehr interessiert, welche Wissenschaft da angewendet wird. Und da haben wir sowohl mit einer afrikanischen Frau, die dort jetzt Schneiderin wird, als auch mit einem Imam, einem islamischen gesprochen und für die alle wäre es sehr, also jetzt in der Interpretation ist daraus entstanden, dass ich jetzt darüber nachdenke, wie man ein interkulturelles, interreligiöses, etwas was ich jetzt einmal Parliament of God nenne, wie kann man einen Ort schaffen und das kommt wirklich aus dieser Forschung, wie kann ein Ort entstehen, wo unterschiedliche Religionen, ich selbst bin evangelisch, hier sind viele katholische in Österreich, aber es wäre eben ganz spannend zu schauen, wo man einen Ort für einen Austausch, einen sehr, einen theologischen auch, aber eben auch einen praktischen, weil sehr viele von den Institutionen ja dann auch karitativ arbeiten. Also mich würde sehr auch eine theologische Diskussion da interessieren, zwischen Personen aus den verschiedensten Religionen, also es gibt ja auch in Lateinamerika andere Religionen, dass man nicht nur von Christentum und Islam spricht, sondern, oder ich habe auch sehr gute Beziehungen nach China, Tao, wie kann man da einen Austausch und vielleicht auch eine Zukunftsvision entwickeln, wie das nicht im Krieg, sondern eben in Zusammenarbeit landen kann und aus, weitergehen kann. Vielen Dank. Habt ihr so eine Plattform irgendwie angesprochen in eurer Studie? Ich weiß nicht, wo ich mein Fog bis? Ich habe diese konkrete Frage jetzt eigentlich an den Kamm dann weitergegeben. Ich weiß nicht, wie willst du es dazu sagen? Ich glaube, du bist am besten ausgestattet, diese Frage zu beantworten, oder? Also, schwer. Also, ich würde sagen, die religiöse, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich ihre Frage sehr gut verstanden habe, aber zumindest was in Österreich passiert, also zumindest von Österreich hier, wir kennen ein paar, ich kenne zwei, drei afrikanische Priester, die, weil sie haben ja sozusagen eine gewisse, viel mehr Möglichkeiten und die können sehr viel schaffen als gewöhnliche Vereine, wie wir. Also, wir sehen, wie das funktioniert, aber andere Beispiele kenne ich überhaupt nicht. Wirklich so aus Österreich. Man muss dazu sagen, dass die afrikanischen Diaspora- Organisationen eigentlich schwach sind vom, wie soll ich sagen, finanziell schwach sind, sehr, sehr schwach. Da muss man dazu sagen, es ist überhaupt nicht vergleichbar mit vielen anderen Organisationen, sozusagen die NGOs, weil man kann wirklich aufzählen, wie viel Förderungen bekommen. Manche bekommen 500 Euro Förderungen, manche 2.000, 3.000, aber 100.000 will man keine finden, der sozusagen auch wir, die schon seit über 20 Jahren in dem Bereich arbeiten. Deshalb schätzen wir noch sehr, dass es zumindest diese Sichtbarkeit gibt, dass wir überhaupt mit anderen Organisationen austauschen können. Natürlich, wenn wir vielleicht eine andere Möglichkeit finden, mit der ADA wirklich diese Diskussion zu führen, das interessiert uns sehr, sehr. Deshalb sind zwei Worte da gefallen. Finanzierung, Partnerschaft. Und da hat jemand andere auch das Wort systemisch und Struktur erwähnt. Das sind sozusagen Keywords für uns und leider drehe ich so, wie ich will, aber ich komme immer wieder auf diese Frage, weil das ist, das ist wirklich das große Problem, weil wir sehen, ich meine, wir die in Afrika Projekt machen, von hier aus, wir sehen, wie schwierig das ist. Einigermaßen klappt auch noch hier in Österreich, aber von hier aus, als DSP-Organisation, ein Projekt in Afrika zu implementieren, ist fast unmöglich. Deshalb ist sozusagen nicht sehr zu differenzieren, ob jetzt religiös und so. Natürlich weiß ich, ich habe die Studie noch nicht ganz fertig gelesen, aber dass man auch den Ursprung dieser Organisationen weiß, von welchen Ländern, von welcher Region der Länder, von welcher, ob das religiöse Organisationen sind, ob das rein kulturelle Organisationen sind und so weiter. Was ich weiß, ist nur, dass diese Strukturen sind oft so schwach, dass Gruppen, die einen Verein gründen wollen, kommen oft zu uns und bitten, kann man uns helfen, einen Verein zu gründen, das habt ihr auch, glaube ich, erwähnt und so weiter. Diese Arbeit machen wir tagtäglich. Das heißt, natürlich fehlt auch ein gewisses Empowerment von diesen Organisationen, Capacity Building, dass man die Organisationen mitnimmt, wie es woanders passiert. Diese Arbeit findet nicht statt. Das, was wir heute machen, schaffen und so weiter, haben wir selber gemacht. So mit viel Zufall und bisschen so. Natürlich mit immer wieder so Unterstützung von der Organisation. Das gehört gesagt. Das muss ich einfach das heute sagen. Das ist sehr wichtig, aber es ist so, dass solange das nicht angesprochen ist, wirklich vom System her und von der Ideologie her, was ist die Entwicklungshilfe? Was ist das? Wohin? Wo wollen wir hin? 50 Jahren, 60 Jahren. Da können wir eine große Fragestellung da machen. Wir können nicht nur sagen, finanzieren, aber machen wir einen Bericht für die 50 Jahre, die vorbeigegangen sind. Hat das was gehofft? Das ist ja diese Geschichte. Wir machen keine großen Fragenzeichen jetzt, weil wir langsam zum Schluss kommen können. Die letzte Runde wird nun noch die Meldungen aus Facebook sein. Ja, weil heute so viel von Gender, Frauenempowerment und die fehlenden finanziellen Ressourcen gesprochen ist, möchte ich erwähnen, dass wir zurzeit am VEDC gemeinsam mit dem Verein Frauen helfen, Frauen helfen einen Call offen haben, genau für Projekte aus der Diaspora, und zwar Frauenprojekte, Fraueninitiativen. Das ist sehr schwer, vielleicht irgendwo bei größeren Stellen Geld einzureichen. Der Stichtag für die Einreichungen ist am 30. November und die Informationen dazu finden Sie vorne am Infotisch, beziehungsweise auch auf unserer Webseite. Nur weil hier sicher viele sind, die es betreffen könnten. Vielen Dank, bevor wir, also das ist Teil des Projektes auch, bevor wir uns bei unseren Speakerinnen bedanken, wollen wir jetzt die Arbeit von Jessen auch anhören, ansehen. Jessen ist ein Spoken World Artist und Musiker. Der ist auf der Insel Montserrat in der Karibik und in London aufgewachsen und der kann wunderbar mit dem Wort spielen, mit Metapher, also damit keine Musik machen wie kein anderer. Den wollen wir jetzt anhören, wenn es geht, wenn es soweit ist. Wunderbar. Danke. Good evening all. I'm Jessen, the Scientist. It's a pleasure to be part of this VIDC talk, Engagement with the African Diaspora. And I very much come to give a couple of pieces. The first one is to help contextualize where this all began from, at least from the perspective of imbalance that occurs and that forces us to have this engagement. And when I came here, I was invited by an artist called Yasmo to be part of a song. So she asked me, has still angst from vice and man? Of course, from Nagasaki slave trade to the Holocaust, funders of the Taliban, it's fear to fear white force. As a young one, when a nun done clap my head to the wall in school, white force enforced white rule. Little me watched TV and left in shock. Always first to get bulletin gut by Hollywood's Glock. Trying to run after choke on the warn. A black mum got 20 for one hole in the wall. Yo, judge, why? You don't give us that Zimmerman love. And no, you can't wipe centuries off with OJ's glove. Nope. You didn't get it, but you got the job anyway. Rodney only got paid because it was caught on tape. What does it mean to be king, greatest or famous when Chuck Berry got buried under the rock of Elvis? You all can rock your pelvis to black urban music. Name, shift, check before I am nameless, you all. So to move ourselves out of that context, still keeping it in context, text. I've chosen to perform this song because it highlights a few bits and pieces. But one of it is this first line, which you see profits being made from black bodies and in small people being put behind bars. Whereas profit being made of these things, for example, in the case of marijuana. Yeah. And this song is called Out of the Matrix. So marijuana should be legal, it's a medicine. Yeah. Yeah. And this song is called Out of the So, that's the premise of the divide, that shows how the imbalance occurs, that's what it is. Marijuana should be legal, it's a medicine, many people lippin' liquor lookin' terrible. Blood on many hands, so many valuables, them things come with a debt that ain't valuable. Got not making a cut from Karakoum, boss me another nut, I'll down in two. Minutes that might be too minimal, no rush, I'm like Mike, a smooth criminal. I'm a softy-filled implore too, woman made a baby with a man that she laid with, that attraction is sacred. Nowadays we got people even scared to say it, ain't that some ish to play with? How about fake milk from fake tits, cow's milk with no lactase in, or tailor-made babies, no fornication. I'll be patient, I'm waitin', whilst I'm waitin', shout to ladies, lactatein', I'm out of the matrix, yeah. Hard times but they can't grind me, I'm out of the day shit, right. Live my life, leave my legacy, I'm out of the day shit, trust me. Goodbye to the nine-to-five, I'm out of the matrix, hard times but they can't grind me, Amazon's burnin' and the glow turned warm. But they make more money and noise of Notre Dame, just kill my brother and tell him to keep calm. Don't say nothin', don't ring no alarm. They must be mad if you ask me, but I get it, it's logic to me with no heel. They can't see what they can't see, wrapped in fear, that ain't classy. That ain't east, I'll put them in classy, chasing paper, actin' arsey, arse with a heartbeat, missin' the heartbeat. That's me stranger, such a short target, that's where they aim for, but when they mark it, they still fall short. And I ain't sorry, in the market that's cheap, so cut the beef, I don't eat meat. I'm on my passion fruit, cause you are what you eat, programmed with my seeds, with an arse in my answer. I sew it in deep, I sew it in deep, I sew it in deep, yeah. I'm out of the matrix, yeah. Goodbye to the nine to five, I'm done with the day of shit, trust me. I live my life, leave my legacy. I'm out of the matrix, yeah. Hard times but they can't grind me, I'm done with the day of shit, yeah. I live my life, leave my legacy. I live my life, leave 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 my life. Just kill my brother and tell him to keep calm, don't say nothing, don't bring no alarm. So, in the course of the way that tonight is going, I'm gonna leave you with another song of mine, and it basically is just to readdress the shift because of the history and our legacy that has just been ignored. And often, as an African diasporan, for myself, I can only talk for meat, yeah. I often feel like, to make people feel comfortable, I shrink. So, in the light of me not shrinking, so we can have an eye to eye conversation, I stand up. So, this is, this tune is called Tribe of Jah. Yes, indeed. They never know to judge upon this set like, they never know to judge upon this set, yeah. They never know to judge upon this set like, the Tribe of Jah, eh yo, the Tribe of Jah. First step, claim peace. Second step, claim my peace. Third step, the first step, basically slay the beast. Didn't really slay him, but we get him and he's on a leash. That bit Italian, Mathias style, capiche. But it's not that, it's all God and more black. Kinda like the Moors who went to Spain, who were war black. Bringing back the science of the civilized fall back. I'm seeing egos like bodies on the floor, trapped. Chalk, jaw, jaw drop, no yawn. Mama's legs open wide, blood on the floor, newborn. No manger, just manger. New form. Flames to the fakers, fading lukewarm. Straight danger. Rearrange the cosmic cloth tour. Samhain and the thin veil. And the horse that's pale's looking poor like a monkey on a porch. Who claims he's a man, covers money and is poor. Sheesh! Them things we can't endorse. That's why we give a middle finger to the little man. So a spirit fit God form. They say it's all fear, love and war. Well the law's in our hearts like, musketeers. No fear, one for all. I'm beenin' like a king on a chariot. Horse and cart drawn, hey yo. It's the tri-ba-ja. Never know se cha-ja pan de set. Life. Never know se cha-ja pan de set. It's the tri-ba-ja. Never know se cha-ja pan de set. It's the tri-ba-ja. It's the tri-ba-ja. First step, claim peace. Second step, claim my peace. Third step's the first step. Basically slay the beast. Didn't really slay him, but we kept him. And he's on a leash. That's an Italian mafia style. Capiche. But it's not that. It's more God and more black. Kinda like the Moors who went to Spain when Europe stayed back. Brought them the bath tub and showed them to take our bath blood. Told them straight they should do that ting. Regular trust. Now they're looking down on us on some frowning ting. While they're snatching gems out our grounds and ting. Pointing fingers at the Aboriginal who's drunk in his liquor right now. An astounding ting. They took the lessons and wiped history. Learned our lessons and made it a mystery. That's dusty like the books that the mystics read. No gumbuck needed. MK's on drinks repeat. But you ain't got no time to see it. On the grind like a hamster on a gerbil wheel. I heard you read but it surf is nothing deep. This is a paradigm shift man I dare you to take a lead. You are born to stand. Why you love to creep. It takes love to lead. Yeah yeah. Oh yeah we get the picture. Seeing all those words but it's only words we see. With so little action you still go apart to a tree. But we gon' see who stands when judge a hand comes shake up the tree. Yeah we'll see. Yeah yeah. We'll see. That's right. We'll see. When he come and shake up the tree. Yeah we'll see. Aye. We'll see. That's right. We'll see. When the Lord and Lamb come shake up the tree. Aye. Yeah we'll see. Let em know. We'll see. Indeed. It's the tribe of Jah. We'll see. We'll see. We'll see. We'll see. We'll see. It's the tribe of Jah. Alright. So. As we even the playing fields. The last words I have to say to you and to share. Is very much that as we meet eye to eye. Then the healing can take place. As we engage in a true conversation. The real conversations that we need to have. The healing can take place. And on that note. I'll leave you with a verse from a tune of mine called Healing. If we don't. Yeah. So. This is the goodbye. As we see each other eye to eye. On truth. Balance. Justice. Righteousness. Straightforward. Connections. Standing on your ground. Giving each other each other space to stand on. That's what it is. Yeah. So it goes like this. If we keep ignoring our wounds. Accepting our present state. And ignoring our tunes. We just devolve to diseased buffoons. Locked down divine genes. Become Darwin's baboons. With Hollywood. Hollywood. States. And mind men turn goons. Schools make fools. And government make the rules. With no righteous kings. To rule a load of bull. And cows that. Pssh. They're taking a. Pssh. Who's gonna mop it man. It's time to stop it. Pythagoras couldn't build pyramids. If his life depended on it. Don't talk to me about his story. It bores me. I need to make my story as a griot. Whilst I read. Shake and to deal. And some coffee. Listen to my heartbeat. Lock off the TV. Then tell our advice. Then can't see me. Get in tune with the seat inside of me. In the seat of iron eye pine knee. I've seen the golden light supreme. For real. Yes. Yes. For real. Yes. With. Ay. And now we're starting our healing. We're healing. Trust we start healing. My people. Eye to eye. Thank you. I'm Jasun the scientist. It's been a pleasure to share these words with you. Goodnight. Wunderbar, wir können aber nicht auseinander gehen, ohne dass ich nach dem letzten Wort frage, aber wirklich Antworten. Was nehmt ihr mit? Ein Wort, das ist eine Challenge. Maida. Antwort nur. Wertschätzung. Super. Ein Wort. Also wirklich nur ein Wort. Ein Wort. Okay. Kann er mir noch mal zu mir zurückkommen. Antwort. Also Antwort, aber auf Augenhöhe würde ich sagen. Augenhöhe. Veränderung, Änderung. Änderung, Veränderung. Komm zurück zu dir. Nachhaltige Zusammenarbeit. Das war zwei Jahre. Pass auf. Und mein leisestes Wort ist Danke. Danke. Danke.